Ladies and Gentlemen, bitte verzeihen Sie die Verspätung. Wir werden Sie schon sehr bald zur Central Station bringen. Wo zum Teufel ist dieser Fahrplan? Central Station ist geschlossen. Befehl von Nadeway. Du hast die Pläne gesehen, oder? Wusstest du von der Schwachstelle? Das ist nur ein geringer Mangel, Sir. Ansonsten wurde der letzte Waggon verstärkt. Das ist uns immer pünktlich. Was soll die Verzögerung? Sobald wir die Anweisung bekommen, schicken wir Sie auf Ihren Weg zur Central Station. Mein Kollege muss jeden Moment mit dem Vorplan für die Central Station kommen. Hier, gehen Sie aus dem Weg. Ohne meine Anweisung werden die Leute verloren. Und die kommen vom Bahnhof zum Steher. Gibt es Neuigkeiten? Ich helfe ihm. Hast du gerochen, was da aus der Kanalisation kam? Steckt fast so schnell in die Reiters. Für Ihre Geduld. Ich bin an ihrer Seite. Ich hatte den Rücken frei. Ich komme durch seine Arme. Harletzt doch, wenn du dich brauchst. Lösch den Teufel, wenn wir ihn sehen. Vielen Dank, Junge. Jetzt hilf mir hoch. Ich muss weiter. Irgendjemand wird dich schon finden. Sobald wir die Anweisung bekommen, schicken wir Sie auf Ihren Weg zur Central Station. Mein Kollege muss jeden Moment mit dem Vorplan für die Central Station kommen. Wir danken Ihnen zu Ihren Weg. Was war das schon wieder? Was war das hier? Was soll ich machen? Börder! Börder, Hilfe! Sobald wir die Anweisung bekommen, schicken wir sie auf ihren Weg zur Central Station. Mein Kollege muss jeden Moment mit dem Fahrplan für die Central Station kommen. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld. Oh, ich, äh, vielen Dank. Verehrte Passagiere, alle Züge werden über die Central Station umgeleitet. Ich wiederholt! Ich habe einen dringenden Termin an der Central Station. Was soll die Verzögerung? Das ist doch völlig absurd! Ich werde meinen Zug verfahren! Niemand darf die Central Station betreten! Wie schön! Sieht weg! Börder! …! Was müssen Sie da kommen? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ihren bruder wenn er kommt um sie zu retten ich schätze es muss getan werden aber kein risiko verstärken sie die templar präsenz in london nur wir beschützen diese stadt des lichts ja und dann betreten wir das gewölbe und werden die schatten gemeinsam verjagen die 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 Vielen Dank.